Du möchtest auch deine Sock-Liste montieren. Das ist auch für die Türchen. Ideal auch dazu der PDC 18 Akku Schlagbohrschrauber. Auf der einen Seite kannst du die Löcher in die Wand bohren und gleichzeitig auch anschrauben. Das müssen wir dann schon ausprobieren. Besonders begeistert mich daran, dass er auch mit Schlagka eingesetzt werden kann. Mit 4,2 Ampere Akku. 3800 Umdrehungen pro Minute im vierten Gang. Das hat richtig genug Reif. Ich glaube, du kommst zu mir bald ein bisschen schleifen. Hier, Kinderzimmerboden. Kannst du vergessen, kannst bei mir das Mobile Home-Up schleifen. Du wärmst dich rein im Kinderzimmer, dann kommst du noch bei mir um die Läden rum. Wir machen es so, du machst mir das Kinderzimmer und ich dort die Läden.